Volkshochschule Köln, ein Benimmkurs für die Straftäter der Silvesternacht. So, herzlich willkommen zu unserem Kurs. Entschuldigung, ist das der Kurs vom Nazi-Arschloch zum Frauenrechtler in zwei Tagen? Nein, das hier ist der Kurs »Geröpfende Idioten lernen durch die Kurfrauen.« So, Entschuldigung. Sowas wie Silvester soll sich ja nicht wiederholen. Und jetzt steht ja der Karneval vor der Tür. Männer wie Sie haben ja oft ein etwas einseitiges Frauenbild und interpretieren alles Mögliche gleich sexuell. Wenn Sie glauben, die Frau im Video sendet Ihnen sexuelle Botschaften, drücken Sie einfach ... ... ... ... Vervollständigen Sie bitte folgenden Reim. »Frauen sind nicht eure Knechte. Frauen haben die gleichen ...« »Husen«. Guten Tag, ich such den Kurs »Wie nutze ich die Silvester-Krapscher für meinen Rechtspopulismus?« Der ist schon ausgeholt. Schade. Sexuelle Übergriffe ereignen sich oft aus einer Gruppensituation heraus. In der Gruppe fühlen Sie sich ja stark. Deshalb verlässt jetzt einer von Ihnen den Raum. Nee, wir bleiben zusammen. Du, Schlamp, hast uns gar nichts zu sagen. Wir haben es gesehen. Wer sich nicht benehmen kann, muss mit Konsequenzen rechnen. Entschuldigung, Ulrike, hast du den Schlüssel für den Kopierraum? So, Mittagessen? Gerne.